Ja, Leute, ich habe es schon ein bisschen traurig, geschweige auch schäbig gefunden, dass ich wieder mal bei einem Gewinnspiel, was so schön war, gar nicht zitiert wurde in das Büro, um meinen Gewinn zu geben. Nee, man hatte wieder im Schlaf einen gefunden. Und ja, trotzdem Glückwunsch, aber ich bin trotzdem noch ein bisschen verärgert, weil es kann nicht sein, dass man hier öfters mitspielt und dann deppert durch die Finger schaut. Und das hat mich ziemlich geärgert. Tschüss!